Es ist mit dem Zeitsparen wie mit dem Geldsparen. Auf die kleinen Beträge muss man Acht geben, die großen geben auf sich selber Acht. Der vernünftige Mensch passt sich der Welt an. Der unvernünftige Mensch besteht darauf, dass sich die Welt nach ihm zu richten hat. Deshalb hängt jeder Fortschritt von dem unvernünftigen Menschen ab. Der rastlose Mensch von heute hat tagsüber keine Zeit, sich Sorgen zu machen. Und abends ist er zu müde dazu. Alles in allem hält er das für Glück. Freiheit heißt Verantwortung. Deshalb wird sie von den meisten Menschen gefürchtet. Gedanken springen wie Flöhe von einem zum anderen. Aber sie beißen nicht jeden. In der rechten Tonart kann man alles sagen. In der falschen nichts. Die besten Reformer, die die Welt je gesehen hat, sind die, die bei sich selbst anfangen. Wir brauchen dringend einige Verrückte. Guckt euch an, wo uns die Normalen hingebracht haben. Die Weisheit eines Menschen müsste man nicht nach seiner Erfahrung, sondern nach seiner Fähigkeit, Erfahrungen zu machen. Das Einzige, was niemand glauben will, ist die Wahrheit. Denn das ist die Wahrheit. Untertitelung. BR 2018